Wenn du mit der Standard-Webflow-Navigationskomponente arbeitest, die findest du hier im Bereich Advanced, die hier, die habe ich mir jetzt hier auch schon mal reingezogen, dann hast du hier so einen Grundaufbau schon mitgegeben. Unter anderem eben auch, dass du auf bestimmte Anker verlinken kannst, du kannst also Bereiche auf Sektionen innerhalb von der Website von der hier verlinken. Ich kann jetzt hier also auswählen, okay, du sollst bei Klick zum Beispiel zu About gehen, genauso, wenn ich auf Projekte klicke, möchte ich auf der Seite nicht auf eine Unterseite gehen, sondern auf eine bestimmte Sektion. So, wie macht man das? Man kann im Prinzip diesen Bereichen hier, also es muss nicht so eine Sektion sein, es kann auch hier die Headline sein, ja, wo man dann hinscrollt, aber man nutzt es meistens eben für diese Sektionen. Man kann diesem ganzen Bereich hier, dieser Sektion jetzt also eine ID geben. Hier ist normalerweise nichts hinterlegt und hier würde ich, das hatte ich gerade eben falsch drin, hier würde ich lieber auf eine kleine Schreibweise achten, genauso, wenn du mehrere Wörter hast, gucken, dass du das mit Bindestrichen trennst, also keine Leerzeichen reinmachst. So, die stehen dir dann automatisch, diese IDs als Auswahl zur Verfügung in deiner Navigation, um eben direkt darauf zu verlinken. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann sehen wir, dass Webflow da automatisch hinscrollt und genauso auch diesen Navigationslink eben dann entsprechend ein Current State, also einen aktiven Status mitgibt. Services müssen wir jetzt auch noch verlinken auf den entsprechenden Bereich. So, Kontakt soll allerdings nicht auf einen Anker gehen, sondern auf die Kontaktseite, die ich jetzt hier mal demoweise angelegt habe. Und das Problem, was mir manche dann beschreiben, ist, dass wenn sie das dann jetzt öffnen und jetzt auf einen Link klicken, die Navigation nicht mehr schließt. Gerade hast du aber gesehen, hey, die hat doch geschlossen. Also was redest du hier? Ja, bei mir in dem Fall ist das jetzt so. Aber das ist auch der Grund, weil ich bisher nichts gemacht habe und weil ich mich auf der Seite momentan befinde und auch standardmäßig genau diese Anker benutzt habe, die Webflow mir auch hier in der Funktionalität von den Links hier zur Verfügung steht. Also mit diesem Symbol. Und dadurch weiß Webflow in dem Code, was sie bei der Navigation hinzugefügt haben, dass wenn eben sowas ausgewählt ist, dann schließen sie auch automatisch eben wieder dieses Dropdown. In dem Fall diese Animation wird also wieder rückgängig gemacht, wenn du auf einen Link klickst. Warum könnte das jetzt aber sein, dass es gerade bei deiner Navigation eben nicht funktioniert, dass sich automatisch das Menü wieder schließt? Hier ist sehr wahrscheinlich der Grund, dass du hier bei den ganzen Ankerlinks nicht mit diesem Element hier arbeitest, mit Page-Section-Verlinkung, sondern du gibst eine eigene URL ein. Weil das muss man auch machen, wenn man zum Beispiel auch Unterseiten hat, wo die Navigation auch integriert wird. Zum Beispiel jetzt in dem Fall, wir haben einen One-Pager, aber wir haben auch noch die Kontaktseite und wollen von der Kontaktseite genau auf die Home-Seite auf Projekte verlinken. Dann ist es so, dass wir hier eben nicht dieses Symbol auswählen können auf der Kontaktseite, weil dort gibt es ja diese Sektion nicht. Da wird nur die IDs angezeigt, die ihr jetzt gerade auf der aktuellen Seite findet. Sondern dann ist es so, dass man hier eben eine URL eingeben muss und dort auf den Anker verlinken kann. Domain.de und dann mit einem Slash und dann kann man ein Hashtag verwenden und dann den Namen des Ankers eingeben. Also dann hier muss die ID stehen. In unserem Fall wäre jetzt das Projects. Und das, wenn ich das veröffentlichen würde, würde es auch funktionieren, wenn mir diese Domain gehört und dort das Projekt auch schon liegt. Auf der Subdomain von Webflow zum Beispiel würde das hier nicht funktionieren. Und hier ist ein Trick, das hier einfach wegzulassen. Du kannst also genauso so Verlinkungen machen, also mit einem Slash und dann mit dem Hashtag. Das heißt, er nimmt automatisch hier die Root-Domain mit rein. So. Das heißt, das, was ich jetzt hier eingegeben habe, ist das gleiche wie das, was ich hier bei Page Section verwendet habe. Das ist die gleiche Schreibweise, wie man das sozusagen im Code eigentlich machen würde. Ich klicke jetzt auf Projects und er hat das jetzt in die URL mit hinzugefügt und scrollt mich hier auch hin. Jetzt können wir überprüfen, ob das Ganze eben auch noch funktioniert, wenn ich jetzt hier in dem Modus Bin Tablet und Burger-Icon habe. Jetzt gehe ich auf Projects und sehe, die Navigation schließt sich nicht. Und das ist im Prinzip genau der Grund, warum das bei dir nicht funktioniert. Weil du sehr wahrscheinlich eben an der Stelle nicht dieses Page Section Verlinkung von Webflow ausgewählt hast. Wie kannst du das jetzt also lösen? Hier ist die beste Methode, dass wir auf jeden Fall aus diesem Menü erstmal eine Komponente machen müssen. Das heißt, wir geben hier mal Navigation ein. Und tatsächlich würde ich das jetzt so machen, dass wir standardmäßig in der Komponente nicht diese Page Section Verlinkung verwenden, sondern hier wirklich standardmäßig eben das mit dem Hashtag machen. Also Hashtag About. Hier muss dann davor noch das Slash. Ich drücke Enter. Und dann genauso auch bei dem hier. Da machen wir Slash, Hashtag und dann war das Projects. Und hier war das gleiche mit Hashtag und dann Services. Und Kontakt bleibt weiterhin eine Page Verlinkung. Und wenn ich auf die Kontaktseite gehe, dann werde ich das hier gleichzeitig auch natürlich jetzt übertragen haben, weil die Links sich ja von mir gerade verändert haben. Und jetzt ist es so, dass wir ja nur auf der Home Seite die Page Verlinkung verwenden wollen. Wenn wir auf der Kontaktseite sind und auf die Home Projektseite, Projektsektion zum Beispiel verlinken wollen, dann gibt es ja eh ein Page Reload und die Navigation ist weg. Das heißt, da ist es nicht so wichtig, dass die wieder zufährt. So, wenn du jetzt also auf der Home Seite bist, möchtest du ja diese Page Section Verlinkung verwenden. Und dafür müssen wir ein Override Property erstellen. Das heißt, ich wähle diesen Link hier aus und gehe dann einmal auf Link und dann auf Plus. Und jetzt können wir hier sagen, okay, Link. Und dann können wir den eindeutigen Namen noch mit hinzufügen. Das ist an der Stelle besser. Und jetzt können wir hier genauso hingehen und sagen, das hier auch nochmal. Und das hier ist jetzt der Link Projects. Das ist der Link Services. Und den Kontakt, den brauchen wir ja nicht als Override erstellen, weil der ist ja auf jeder Seite gleich. Der führt immer zu der Kontaktseite. Und jetzt sehen wir, wenn wir rausklicken, dass hier eine Umrahmung auch stattgefunden hat und ich diese Einstellungen jetzt überschreiben kann. Standardmäßig siehst du, ist aber immer das hier eingetragen, was ja auch stimmt. Von jeder Unterseite, von Impressum, von Datenschutzerklärung, komme ich also immer jetzt ganz normal auf die Home Seite, auf diese bestimmten Bereiche. Ich möchte also nur auf der Home Seite eben entsprechende Überschreibungen machen. Und zwar auf der Home Seite kann ich jetzt hier die Section-Verlinkung auswählen und kann dann hier eben About auswählen. Genauso kann ich hier jetzt bei Projects hingehen und sagen, da soll es auf Projects gehen. Und da nehme ich also die In-Page-Verlinkung und nicht die mit dem Hashtag. Und wenn ich das Ganze jetzt veröffentliche, müsste das so funktionieren. Das heißt, auch auf anderen Unterseiten, wo ich dann mich befinde, also gehen wir jetzt mal auf die Kontaktseite rauf. Jetzt will ich auf die About-Page und er geht jetzt hier auch mit dem Hashtag About hin und geht auch direkt zu der Seite. Aber jetzt bin ich auf der Home Seite, jetzt möchte ich also wieder zu Projekte gehen. Es funktioniert also immer noch. Wie ist es jetzt mit der Navigation? Das ist ja das eigentliche Problem, was auch viele haben. Ich gehe also klein am Bürgermenü kommt. Ich bin auf der Home Seite momentan. Gehe auf About. Sie schließt sich, weil wir eben genau diese Funktionalität von Webflow verwendet haben, auf der Seite, wo sie sich auch wieder schließen soll. Wenn ich jetzt auf der Kontaktseite bin und dann entsprechend auf die About-Seite verlinken will, siehst du, gab es einen Page-Reload und die Navigation ist sowieso weg. Also da kommt es nicht so darauf an, dass die unbedingt wieder zurückfährt. Und das ist eben die Lösung bei dem Ganzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.